Mit seinen fast 2000 Kilometern Küste ist Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor das Urlaubsziel Nummer 1 in Deutschland. Die drei Kaiserbäder Albeck, Heringsdorf und Spansin auf der Insel Usedom sind neben Heiligendamm oder Binz auf der Insel Rügen die Perlen der Bäderarchitektur. Der einzigartige bauliche Stilmix entlang der längsten europäischen Promenade fasziniert jährlich tausende Besucher. Konnten früher nur gekrönte Häupter, Künstler und wohlhabende Bürger die Pracht der drei Seebäder genießen, stehen sie heute allen Gästen aus nah und fern offen. Die im 19. Jahrhundert durch reiche Kaufleute errichteten Seebäder Albeck, Heringsdorf und Spansin zählten von Beginn an zu den beliebtesten Urlaubszielen. Sowohl das wohlhabende Bürgertum als auch der Adel besuchten regelmäßig die malerischen Ortschaften, um hier das Leben zu genießen. Die Bezeichnung drei Kaiserbäder ist darauf zurückzuführen, dass auch deutsche Kaiser und deren Hofstaat immer wieder gern hier zu Gast waren. Ob Politiker oder Künstler, viele erlagen dem Charme der reizvollen Seebäder. Neben vielen anderen wussten auch der österreichische Kaiser Franz Josef I., Reichsausminister Gustav Bauer, der Schriftsteller Heinrich Mann und Schauspieler Theo Lingen die Vorzüge dieser Seebäder zu schätzen. Untrennbar mit der Entwicklung Heringsdorfs zum Nizza der Ostsee verbunden ist die Familie Delbrück. Denn Adelbert und Hugo Delbrück werden auch heute noch als die Gründungsväter verehrt. Drei Seebäder bedeutet auch drei Seebrücken an der längsten Promenade Europas. Die älteste davon ist die Seebrücke in Albeck. Es ist wahrscheinlich, dass das Baden hier in Mecklenburg-Vorpommern erfunden wurde. Eine gesicherte Erkenntnis hingegen ist die Herkunft dieses beliebten Korbsitzes. Vor Wind- und Sonne schützend entstand in Mecklenburg-Vorpommern der erste Strandkorb. Die vorwiegend im 19. Jahrhundert und in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg entstandenen Villen lassen sich weder in bestimmte Stilrichtungen noch in spezifische Baugattungen einordnen. Letztendlich entstand durch diese Bauwerke der Begriff Bäderarchitektur. Die restaurierten Villen und Hotels geben heute den drei Kaiserbädern ihren unverwechselbaren und mondänen Charakter. Bei einem Spaziergang flaniert der Besucher an prächtigen Bauten vorbei und erhält ein umfassendes Bild von dem architektonischen Stilmix. Häufig sind die Vorderfronten horizontal durch vorgehängte Balkone und vertikal durch Risalite oder Türme gegliedert. Die Bäderarchitektur schließt sowohl Holzlodgien mit filigranen Holzarbeiten als auch beeindruckende Reliefdarstellungen und aufwendig gestaltete Eingangstüren ein. Immer wieder finden sich verschiedenste barocke Putten am Außenbau. Den passenden Rahmen bilden liebevoll gestaltete parkähnliche Anlagen. Ob Brüstungen, Lodgien, Türmchen, Veranden oder Säulen – unzählige architektonische Details warten in den drei Kaiserbädern darauf, entdeckt zu werden. Auch wenn das Wetter einmal nicht so mitspielt, laden die drei Seebäder zu ausgedehnten und entspannenden Spaziergängen ein. Aber Mutter Natur scheint es mit Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin gut zu meinen, denn hier gibt es die meisten Sonnenstunden in Deutschland.